Willkommen zu den Vivi-News. In den heutigen Vivi-News schauen wir uns auf jeden Fall erstmal den nächsten Marvel-Comic-Drop an. Unter anderem gibt es auf jeden Fall einen weiteren Disney-Comic-Drop, den schauen wir uns auch ganz genau an. Und außerdem schauen wir uns nochmal ganz kurz den Umi-Kurs an. Das sind sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi Uchi mit den wichtigsten Vivi-Videos, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit nicht allzu vielen Themen mit dabei, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Ja und beginnen würde ich tatsächlich mit einer Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn am heutigen Tage habe ich tatsächlich das erste Mal die Vivi-App runtergeladen. Und es ist Wahnsinn, es sind mittlerweile über zwei Jahre vergangen und ich habe unter anderem beim letzten Livestream, werde ich euch hier auch nochmal ganz kurz einblenden, habe ich unter anderem auch darüber gesprochen über die Journey, aber natürlich auch wie zufrieden ich mit der Arbeit von Vivi in den letzten zwei Jahren bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich auch schon wirklich einige Kritikpunkte, man muss aber ganz klar sagen, es sieht momentan deutlich besser aus und es gibt deutlich positivere Entwicklungen, was das Team angeht, was aber auch die gesamte Struktur im Unternehmen angeht. Dementsprechend für mich auf jeden Fall sehr viele gute Punkte, die auf jeden Fall in Aussicht sind und im Großen und Ganzen muss ich natürlich auch erstmal Danke sagen an euch, denn ihr habt mich über diese ganze Journey hier mehr oder weniger wirklich auch begleitet, deswegen großen Dank an euch und für euren Support. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch richtig rein ins Video. Und das erste, was wir uns heute anschauen, ist der nächste Marvel-Comic-Job und zwar nämlich Amazing Fantasy Hashtag 15 und jetzt würde der eine oder andere sagen, hey, warte mal, Cap, das haben wir doch schon. Yes, das ist richtig, aber es ist aus dem Jahr 2004, das heißt eine Neuauflage an dieser Stelle und das Ganze sehen wir tatsächlich schon am Dienstag, am 16. Mai um 17. an deutscher Zeit und wir haben hier natürlich wie immer fünf Comics und das Ganze tatsächlich eigentlich mit gar nicht mal so schlechten Covern, jedenfalls meiner Meinung nach und hier haben wir außerdem eine Super Limited Edition, das heißt wir haben hier insgesamt nur 7.500, eigentlich hieß dem Super Limited Edition eigentlich immer 5.000, ich weiß jetzt nicht, warum sie es auf 7.500 geändert haben, wie auch immer, Listenpreis ist bei 7 Gems und Edition-Aufteilung ist auf jeden Fall hier, ja für jeden sichtbar an dieser Stelle. Ich muss sagen, für mich persönlich ist das jedenfalls kein Drop, den ich mitnehmen werde, auch wenn man sich mal die Daten auf GoCollect anschaut, dann sieht man eigentlich, ja gut, der 9.800 kostet dann etwa 900 Dollar, man muss aber auch ganz klar sagen, hier an dieser Stelle, es gibt sehr, sehr, sehr viele Grades, das heißt, wenn hier wahrscheinlich nur noch 20 Grades übrig wären, dann wäre der Preis wahrscheinlich bei über 5.000 bis 6.000, aber dadurch, dass es sehr viele Grades hat, hat es natürlich auch einen sehr großen Einfluss auf den Preis, man wird sehen, wie sich es in den kommenden Jahren entwickelt, wenn immer mehr Grades auch mal verschwinden oder kaputt gehen und so weiter und so fort, aber das wird man sehen und das wird auch eine Weile brauchen auf jeden Fall. Ansonsten haben wir auf jeden Fall den nächsten Disney Comic Drop und das muss ich tatsächlich sagen, ist ein relativ interessanter Drop, ich habe tatsächlich dazu überhaupt nichts gefunden zu den Comics, den gesamten Drop selbst wird es am Mittwoch um 17.00 Uhr deutscher Zeit geben und hier sehen wir Michi Mouse Takes a Space Trip, das Ganze wird natürlich wie immer ein Blindbox Format sein und ja, einmal mit diesen Covern versehen, ich muss sagen, mir gefallen diese Covern an dieser Stelle sehr, sehr gut, ich bin aber auch sehr gespannt, wie es dann preislich aussehen wird, ich gehe immer sehr stark davon aus, dass es keine hohe preisliche Relevanz hat bzw. sehr stark abverkauft werden wird, einfach weil es einfach nicht wirklich Daten dazu gibt, so meines Erkenntnisstandes ist das natürlich ein neues Comic, was jetzt rauskommt, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls ihr da mehr wisst, aber das auf jeden Fall dazu. Ansonsten schauen wir uns mal ganz kurz den Umi-Kurs an, so wie alles ist in den letzten Tagen hier auch natürlich der Umi-Token nochmal ein bisschen abverkauft worden, Momentan lang zählen wir hier bei 0,0006 und gerade 2,5% im Minus, insgesamt werden wir uns auf jeden Fall mal die letzten 14 Tage anschauen, ja, da haben wir hier eine leichte Aufwärtsbewegung, aber das ist eigentlich auch nur, sage ich jetzt mal so eine kleine Korrektur der Abwärtsbewegung, wir gehen jetzt wahrscheinlich aber auch demnächst weiter nochmal nach unten, für mich persönlich ist immer noch mein Preisziel von 0,004 bis 0,005, das ist mein Einstieg, wo ich auf jeden Fall sehr stark nachkaufen werde, das aber nur am Rande, das musst du natürlich nicht genauso umsetzen wie ich, das ist nur meine Meinung und so wie ich das umsetze. Im Anschluss haben wir noch das nächste Artwork, was wir hier sehen werden, in der Silent Auction von Montag bis Freitag und das Ganze ist hier von Natasha Bustos, das Ganze ist X-Men, Hashtag 9, Series 6 und einmal wirklich mit einem auch sehr schönen Cover meiner Meinung nach, auch insgesamt gab es in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr viele sehr spannende Artworks vom Design auch und dementsprechend hier für jeden einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen mehr Geld hat, etwas, wo man mal zuschlagen kann. Und ansonsten war es das heute auch schon wieder mit dem gesamten Video, deswegen dir da draußen dieses Video gefallen hat, dann gebt mir das ganze Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und ich wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dahin dein Käpt'n, ciao, ciao.